Peace Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Kevin. Und das Jahr endet jetzt. 2017 endet. Ein heftiges Jahr. Für uns das erfolgreichste Jahr bis jetzt. Es ist krank. Das ist überkrank. Wir haben dieses Jahr mit 250.000 Abonnenten auf PrankplusTV angefangen und gehen jetzt mit 1.000.000, wie viel haben wir? 1.000.000. 55.000. Irgendwie so. Über 1.000.000 auf jeden Fall. Dieses Jahr haben wir beide Kanäle auf 1.000.000 gebracht. Also 2.000.000 Kanäle sozusagen. Heftiges Jahr, was das abgegangen ist. Das kann mir echt nicht die Worte fassen. Auf jeden Fall fettes Danke dafür. Wir haben auch dieses Jahr unser Merch gedroppt. Leute, ihr habt richtig krass den Merch gekauft. Wir schätzen das so sehr, weil das zeigt, wie viele hinter uns stehen. Das ist nicht selbstverständlich, Leute. Das nehmen wir auf gar keinen Fall für selbstverständlich. Danke an jeden Einzelnen, der unser Merch kauft und supportet. Oder einfach ein Like gebt und die Videos genießt. Manche kommentieren auch nicht oder geben kein Like. Genießt trotzdem die Videos. Auch danke an euch. Sogar an die Hater danke. Ja, Mann. Auch an die Hater natürlich. Durch euch sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind. So ist es. Und ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ich kann fast gar nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach nur krass. Also ihr habt uns auch fleißig verlinkt auf Instagram. Alle, die wir heute geholt haben. Genau, sowas zu support. Dass ihr unsere Videos feiert. Dass ihr immer am Start seid. Und manche gucken auch immer jeden Tag die Videos. Ja, jeden Tag, tag täglich. Für manche ist das so Routine. Die können sich ja gar nicht mehr wegdenken. Genau. Und das wissen wir echt zu schätzen. Wir wissen das 100% zu schätzen. Genau. Und wir suchen auch immer kreative, geile Videos auf die Beine. Zerstört euch. 2018 wird noch krasser, Leute. Ihr wisst Bescheid. Es wird kreativer und crazyhaft, oder? Ja, wir werden immer dranbleiben. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, zum Abschluss dieses Jahres nochmal schön das Jahr Revue passieren lassen. Genau. Ganz klassisch. Mit den besten Ausschnitten aus unseren Videos. Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, Film ab. Genau, genießt es, Leute. Und danke echt für jeden Supporter, jeden treuen Abonnenten und Zuschauer. Einfach nur danke, Leute. Let's go. Alter. Oh mein Gott. Drück, drück, drück. Oh mein Gott. Drück, 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 drück. Oh mein fucking Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter. Guck mal, diese Wolken. Drei, zwei, eins, go. Ah. Fertig. Yes, Junge. Die Strafe wird sein. Du musst jetzt Sarah anrufen. Alter. Das ist immer ab, Mann. Ach. Nein, mach keinen Scheiß, Digga. Du musst jetzt Sarah anrufen und sagen, ich kann das alles nicht mehr. Alter. Nein, Digga. Du musst uns Lautsprecher anmachen. Liverex, ich hoffe, die geht dran, bitte. Alter. Auf alles. Du musst das machen, die anrufen und sagen, ich kann das nicht mehr mit der Beziehung und sowas. Richtig ernst. Digga. Richtig ernst durchziehen. Was gibt's? Hey, auf jeden Fall. Guck mal, wir haben hier das Video fertig geschnitten. Also nicht fertig geschnitten, wir haben es fertig gedreht. Warte, warte, warte. Stopp. Hallo, hörst du mich? Brrrr. So, was habt ihr? Das Video fertig gedreht, ne? Ja, wir haben es jetzt fertig gedreht und ich muss jetzt zum Beispiel gleich von der Arbeit abholen, ne? Ja. Und es stresst mich einfach. Guck mal, ich will ein Video jetzt schneiden und ich kann dich nicht abholen. Also, ich kann dich schon abholen, aber es nervt einfach immer wieder das Gleiche. Okay, ja, dann kein Thema. Ne, ne, ich meine jetzt einfach generell so. Also auf Dauer, das YouTube ist ein Leben, es ist immer 24 Stunden in meinem Kopf. Das geht so nicht mehr weiter mit uns. Ja, was willst du jetzt machen? Mit uns geht das nicht weiter. Dein Ernst? Dein Ernst jetzt? Ah, Mann, ey. Mach das so. Nein, Spaß, Spaß. Ich kann nicht. Nein! Ihr habt aufgelegt. Nein! Egal. Nein! Junge, ich hab' mir kackt, Alter! Scheiße, ruf an! Und zwar werden wir versuchen, die Melone zum Platzen zu bringen. Und zwar mit einem Dutzend Gummibändern. Gummibändern. Bis der Druck so stark ist, dass sie platzt. Genau. Das könnte neben unseren Köppen platzen. Also wir könnten sterben jetzt, Leute. Wir machen jetzt nur für euch ein Partner. Wir machen für euch! Ihr seht jetzt live, was wir ein Partner machen auf Risiko. Auf Risiko, okay? Okay. Okay, komm. Okay. Wenn ihr jetzt Platz kommt. Okay. Halt hoch. So? Was? Okay. Okay, das reicht. Ja, Mann. Alter. Oh, da kommt ein Wassertropfen. Wo? Schleck. Oh mein Gott, Leute. Die platzt jeden Moment. Wir nehmen ja gerade live ein Video auf. Marvin versteckt sich an. Ja, die geht nur so ein. Bevor die in der Vollkutzer so Wasser gibt. Ey, wo? Wo? Was? Das Wasser. Wo? Da. Wo? Fuck. Was redest du? Da, komm doch mal. Komm mal rüber. Oh. Aber die platzt nicht, Mann. Soll wir nochmal schnell besser? Ja, komm. Komm, doch ruf raus. Nicht, dass die jetzt so ausläuft. Die läuft raus. Oder warte, die ist kurz davor. Ey, fuck. Komm mal, da kommt. Die ist nicht frei gerade. Ey, die kann ich mal nochmal in Pirat, Alter. Heute wird es eine heftige Challenge geben, und zwar, wer länger aufblenden kann. 4.44 Uhr, auf geht's, ins Gym. Ich fühle mich richtig müde, ich bin da fast eingeschlafen. 0.28 Uhr, bam. Alles da mitten in der Nacht bei Burger King. Um halb eins, auf jeden Fall. Hallo Jungs, ihr müsst leider das Lokal verlassen. Ihr seid viel zu heftig. Okay, bitte, ihr habt fünf Minuten Zeit. Scheiße. Wir müssen jetzt gleich den Laden verlassen. Anscheinend sind wir zu krass. Ja, Mann. Egal. Verloren, Junge. Das war's schon. Und heute gibt es eine Challenge, und zwar, wer zwei Liter trinken kann und das länger in seiner Blase behalten kann. Let's go, go. So, jetzt hier von der Hälfte, habe ich mal eine zwei Liter dritte. Huh. Kälben? Kälben. Was? Was? Ey, ich schlage jetzt ein Kälben. Ich halte es langsam nicht mehr aus. Das drückt dann ganz richtig auf die Blase. Riecht. Kein Spaß, Mann. Hier rechts. Nein. Hier rechts, Mann. Nein. Wohin, Mann? Hey, tschü, renn nicht. Das drückt alles. Ey, der will ein bisschen gehen. Der will... Gib auf. Du verlierst, Mann. Ich gewinne. Alter, ich muss, glaube ich, aufgeben. Ich kann nicht, ja. Wird echt hart jetzt. Hey, was macht ihr da? Was machst du? Was für Sarah, du, du, Spassi. Was machst du? Alter, ich hab dich im Auge jetzt. Ey, renn doch nicht jetzt wieder, Mann. Du, ich bin ausgerutscht wegen dir, Alter. Was machst du? Fruit Ninja in real life. Die haben hier eine echte Katana, Leute. Das ist sehr gefährlich. Macht das auf keinen Fall nach. Wow. In einer Hälfte, Leute. Die ist komplett durch. Und das versuchen wir gleich in der Luft. Dramatische Musik. Und das ist etwas Ganges zu sein. Das ist das Ganges in meinem Leben. Ich möchte das Ganges in meinem Leben. Das ist das Ganges in meinem Leben. Die ist das Ganges in meinem Leben. Und das ist das Ganges in meinem Leben. Oh, oh, oh. Oh. Buh. Ja, ha, ha. Noi. Buh. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Calvin. Und heute gibt's die Helium Challenge. Yay! Ahhhh. Sie sagt, wollt noch wurzen. Wurzeln ziehen. Schwänzel und Gretel. Wo! Heute gibt es den längsten Strohhalm der Welt, heute haben wir uns richtig krasses vor und zwar machen wir den längsten Strohhalm der Welt 300 Meter Plus Rolle, genau das ist so ein Schlauch, auf jeden Fall zweimal 150 Meter und das komplett isoliert, also keine Luft kommt dazwischen und noch Verbindungsteile, die können wir verbinden, die werden wir durch das ganze Haus verteilen und dann werden wir den längsten Strohhalm basteln Wir versuchen es vom Dachboden bis zum Keller, um das ganze aus, vielleicht auch draußen, damit es ein bisschen kühl wird, damit wir eine schöne kalte Kohle haben Guck euch den Flur, alles mit, das wird das krass Hier ist der Schlauch drin und wir müssen jetzt von oben saugen, saugen kennst du oder? Ne, du kannst das, jeden Abend, dann ne du So, ich film jetzt mit dem iPhone, wie ich jetzt hier Genau Kevin guckt, beobachtet das unten, ob das läuft oder nicht Aber es wird eigentlich schon, du wirst es auch schon schaffen, weil du meinst, weil der Saugnator ist, der saugt jeden Abend Oh mein Gott, der saugt von oben, hier passiert schon was, Leute Alter Hallo, läuft schon? Scheiße, ich hab nicht mal viel gesaugt Ey, die Kette läuft, Leute hier Ja, weiter, weiter Boah Guck dir das an Okay, krass Es geht weiter, scheiße Oh mein Gott Leute, es läuft raus Wow, Leute Oh mein Gott Es läuft und läuft Boah Boah Leute, das ist so anstrengend Boah, jetzt sind wir hier schon an den Mülleinern Und da läuft's auch Und da läuft's auch Wow, Leute Okay, dann mach ich mal weiter Wärgo Oh mein Gott, es läuft heftig Hier rüber Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft Wow, du hast Kräfte getankt Wow, Leute Hahaha Es läuft hier lang Oh mein Gott Wie geil Ich bin fast da Da oben ist Marvin Oh mein Gott, zieh, zieh Oh mein Gott, wie geil Oh mein Gott, wie geil Ich bin fast da Ready? Da oben ist Marvin Oh mein Gott, zieh, zieh Wie schmeckt's Weiter, weiter, weiter Wow, er kackt nochmal ab, Alter Vorfinale Hier ist die Cola Oh mein Gott, Leute Zieh Und Oh, 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 zieh, zieh Und 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 Oh mein Gott Der trinkt gerade Cola Wie schmeckt's Wow, Leute Der Beweis Scheiße Oh mein Gott Heute Gibt's Den Energierreichend Shake Ja, so ist es Monster White Edition Ja, Feri, Feri Espresso, die Tut man eigentlich in die Kaffeemaschine rein Alter Das sieht aus wie so'n Dextrose Pulver Genau Ihr kennt ja alle Dextrose Energy wahrscheinlich Und das ist das Pulver davon Ja Das ist Traubenzucker pur Da wird man in großer Zeit Energie kosten Ja Alter Die hat's eindeutig, Digga Was machst du? Junge Das ist purer Zucker Von Energie Und hier unten Boah Der ganze Boah Alter Was geht dir ab mit dem Shake? Das ist ja ein Monster-Teil hier Scheiße Das ist nicht mehr normal Wir haben noch eine geheime Zutat Das ist kein Spaß mehr, Leute Das ist kein Spaß mehr Das ist kein Spaß mehr Und zwar Und zwar ist das ein Booster für Fitness Und zwar Bam Der heißt, keine Ahnung Kannibal Bist du krank, Digga? Let's go Oh mein Gott, das stinkt jetzt schon, ne? Das ist unser Shake Und den werden wir uns jetzt gönnen Drei Zwei Eins Wunderschön Und das ist ein Wie geht's? Oh, Digga, geht's? Boah, Digga, geht's ja! Alter! Boah, das geht schnell! Alter! Wir haben Eis mit dir, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, respektlich! It was at this moment that he knew, he fucked up! Ah, fuck! Heute gibt's die ekelige Bohnen Challenge! Und zwar Bean Boozles Challenge, Jenny Beans! Heute werden wir lügende Tests machen! Bist du schwul? Nein! Du bist nicht schwul? Nein! Aua, Digga! Was hast du gemacht? Unser Tisch! Alter! Alter, unser Tisch, Junge! Gemacht! Guckt euch diese... Mag, Frau, Alter! Ja, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Scheiß Teil, Alter! Endlich, Mann! Scheiß Teil, Alter! Und heute gibt's die schärfsten Nudeln der Welt und zwar sind die koreanisch. Hol sie, Bruder, hol sie! Uh, gut! Jetzt wird er scharfer, ist, ne? Ich hol ich echt runter! Oh, ja! Oh, ja! Das Wein ist drin! Oh mein Gott! Warte! Oh mein Gott! Alter, das wird immer schärfer machen. Schüt, 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 schüt. Oh, shit. So, Pepsi Light. Alle dran. Wow. Ey, das ging sogar aus dem Bild raus. Okay, Leute, ich hab jetzt hier 5 Mönches in der Hand. Ich tue jetzt den Mund. Go. Komm, 3, 2, 1, GO! So, Leute, folgendes. Ich werde jetzt gegen dieses eiserne Ding werfen. Und dann das Ziel, dass es auf der Bank landet. Mal schauen, ob's klappt. Let's go. Oh, shit. Oh, Digger. Es ist einfach nur krank. Oh. Scheiße, yeah. Von hier. Leute, es sind 7 Stunden vergangen und wir holen jetzt die T-Shirts raus. Jetzt sehen wir die aus. Oh, shit. Oh, shit. Einfach 7 Stunden. Viel zu lange eigentlich. Alter. Ey, Digger. Zeig. Das war viel zu lang. Ey, die dürfen... Das sind meine, ne? Ey, die waren eigentlich gut, ne? Die waren eigentlich nicht gut, ne? Ja, ach. Ey, Leute. Boah. Guckt mal. Boah. 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 Heute gibt's mal nen Hunde-Vlog. Mit dem kleinen.. Mit dem kleinen Raka hier. Also, das ist unser Hund jetzt? Richtig, genau. Ist offiziell, ist unser Hund. Er heißt Rocky. Genau. Rocky, Rocky! Raus! Was macht der da? Ey! Eierschale! Ja, willst du auch, ne? Wanna auch, ne? Auf jeden Fall der ist aktiv am Start. Ich bin jetzt dein Spielpartner. Mit dem Kopf angenommen. Perfekt. Noch ein bisschen. Zu viel du willst Junge. Du kriegst bei uns alles was du möchtest. Das riecht los jetzt. Heute kommt mal wieder ein Vlog mit Rocky, unserem Hund. Wir hatten ja mal einen Vlog gemacht. Da war er noch ein Welpe. Ist eigentlich immer ein Welpe oder? Bald ist er raus. Er war noch sehr klein. Er ist jetzt gewachsen. Willst du auch Hallo sagen zu den Zuschauern? Hallo. Wie alt ist Rocky jetzt genau? Er ist jetzt 7 Monate alt. Im letzten Lock war er 2 Monate. Ja ich glaube auch. Oh mein Gott. Das war ja richtig süß. Da kam Schlecken hier. Kühles Wasser hier. Ganz frisch. Ready? Go! Wow! Der ist der Mann! Alter! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh f***! Oh shit! Oh mein Gott! Es wächst! Oh mein Gott! Irgendwie das riecht voll lecker. Das ist ein bisschen wie so süß. Egal, das ist egal. Anfassen kurz. Ich fasse mal an. Wow, das ist voll weich. Echt? Ich dachte, du wär voll hart. Egal, zum Schluss passen wir das nochmal an. Das ist egal, Alex. Das ist ja nicht. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Ich hab's geschafft. Respekt, Mann. Respekt. Peace, Leute. Basketball. Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und? Ihr wisst ja, um 3 Uhr nachts passieren komische Dinge. Genau. Und ihr habt geschrieben, dass wir diesmal auf den Friedhof gehen sollen. Das Kommentar blenden wir nochmal hier ein. Hatte 6000 Daumen hoch, Alter. Und wir ziehen's jetzt durch, dass wir auf den Friedhof gehen. Genau, wir sollen auf den Friedhof gehen und Charlie Charlie spielen. Ihr wisst, 3 Uhr nachts ist die Geisterstunde. Da sind die Dämonen am aktivsten. Und die Geister. Und da passieren immer komische Sachen um 3 Uhr. Und wo ist denn dein Friedhof? Da ist ja vorne direkt. Ich glaub, hier links ist sie. Echt? Ich bin aber nicht sicher. Irgendwas richtig ist. Deswegen bin ich auch grad so ruhig. Ja. Ist grad auch nochmal gruselig. So. Wir sind jetzt mitten drin. Ja. Wow. Ey, was war das mal? Ich weiß nicht. Was war das? Ist ja nicht mehr normal. Weiß ich nicht. Was war das? Wir müssen jetzt spielen. Ich hab keinen Nerven mehr hier. Charlie Charlie. Willst du spielen? Hast du das gehört? Ja man. Alter. Das ist krass. Wir können auch nur Vögel sein. Boah. Wir sind hier mit Licht und so. Okay LW. Charlie Charlie. Ich möchte zu spielen. Hast du das gehört? Ja. Irgendes Geräusch. Da ist irgendwas. Alter. Irgendwas ist da. Niemals. Oh. 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 Warst du das? Ey, du warst grad neben mir. Sei mal ehrlich. Keiner von uns war das, Digga. Deine Arme waren hin. Yo. Charlie Charlie. Bist du hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Oh shit. Junge, ich will nicht schreien jetzt. Wo bist du? Yo. Yo. Was machst du? Calvin, Alter. Was ist los mit dir? Was machst du, Mann? Yo. Yo. Alter. Ey. Leider auf jetzt, Mann. Das ist gar nicht witzig. Hey. Ey. Ey. Das ist gar nicht witzig, Alter. Jetzt ist das so. Wie läuft das? Stopp! Ich kann nicht mehr. Stopp! Stopp! Halt die Mitte fest. Ich hab schon. Ich kann nicht. Go. Wozu brauchen wir eigentlich Stopp? Okay. Egal. Wie geht trotzdem los? Ja. Brauchst du immer Kälter. Ich dachte, das wär so easy. Ich dachte, das wär so voll warm. Ich hasse sowas. Über alles. Du denkst echt, deine Dinger sterben ab, wenn du sie durchziehst. Du wärst doch... Ey, schau mal an. Die Sterben. Ja, die Sterben auch. Deine Herzschläge. Ja, ja. Das ist geil. Das geht an die Pulsarme. Ey, wickst du da. Hast du aufgelegt? Ich kann rennen, wenn ich das Ding wegnehme. Das ist Krankheitsspiel. Das ist der Wahnsinn. Mach keiner auf, Mann. WACK DICKER! Mach keiner auf, Mann. WACK DICKER! WACK DICKER! Sogar hier Minzblätter. Stück für Stück. Ja, Mann. Ich bin fein. Ich bin fein. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, schau mal. Dreh jetzt schwarze Kamera. WUSTER, WUSTER! WUSTER! WUSTER, 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 WUSTER! WUSTER, WUSTER, WUSTER! WUSTER, WUSTER! Okay. Jetzt aber geradeaus. Stopp! Ja, du bist drauf. Noch einen Millimeter nach vorne. Ja, stopp! WUSTER, WUSTER! WUSTER, WUSTER! Lego! WUSTER, 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 W Oma fickt mich ins Koma. Okay, jetzt wird ernst Leute, ich ziehe die Jacke aus. Jetzt ernst. Ernst. Seid ihr bereit? Eben war noch Spaß, jetzt kommt Ernst. Das ist ein Scheiß-Law. Ich hab gewonnen. B A L L E. U E N D T L I T H. Wow, das ist irgendwo! What the fuck, Alter! Warte. Du hast gesagt T I S Z. Ja. Okay, zurück. Boah, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, oh mein Gott, der ist wieder ganz, der ist wieder ganz, habt ihr das gesehen? Alter, der hat sich jetzt eingedrückt und dann hat er es aufgeblasen und dann das andere auch nochmal aufgelassen. Deswegen ist das der unterstürbare Ball, Alter. Oh mein Gott. Okay, 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 Fies rein. Let's go. Oh, ich weiß nicht. Aber nur wenn man so macht, kommt ein bisschen Luft. Alter. 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 So, das ist mein Baby von innen, Leute. Geile Interieur. Viele haben es schon geahnt, es ist ein Mercedes AMG. So sieht das Ganze von innen aus. Carbon, Fiber und Carbon. Schön rote Nähte mit roten Akzenten. Hier ist ein Panoramadach. Zwei Sitze hinten mit roten Akzenten. So sieht das Ganze aus. Jetzt geben wir den Leuten einen schönen Kaltstart. Schön kalt der Wagen noch. Machst du mal an, ne? Mach ich mal an. Heute gibt es Teil 2 von Gummiessen versus echtes Essen. Drei, zwei, eins. Wow! Oh mein Gott! Eine echte Pizze? Zwei, eine Nubi-Pizze. Oh, Schlecker. Drei, zwei, eins. Ja! Ja! Alter, Alter! Ja! 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 Nein! Lass mal Arsch, Dicke! Oh! Was? Oh mein Gott, seht ihr das? Da ist sie drin. Wow! Oh! 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 Boah! Oh mein Gott, Leute. Das ist eine echte Spinne. Wir müssen jetzt die Blicke von der Jury sehen. 3, 2, 1 So rein? Ja. Das ist richtig fett. Weiter rein. Puder, Puder, Puder. Einfach am reindrücken. Krass. Du hast es geschafft. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. 3, 2, 1 Ja! Ja, Mann! Scheiße! Ja! Das ist krass. Das war ganz schön wieder, Mann. Gummiauge. Du hast ein echtes Schweineauge. Wie sieht das aus? Einfach mal so saftig in die Mitte. Wow! Junge! Junge! Einfach ein Auge vom Schweine. Mhm. Peter. Das stinkvoll. Schluck einfach runter. Oh mein Gott. Hast du runtergeschluckt? Wow! 3, 2, 1 Ja! 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 Nein! Ja! Boah! Mir fällt so ein Stein vom Herzensholz auf gar keinen Fall. Leute, das sind normale hier Regenwürmer in Gummi. Und Calvin hat... In dieser Box befinden sich... Oh mein Gott. Ihr könnt euch denken... Digga, echte... Lebendige Regenwürmer. Die leben noch. Ich bin normal. Die sind richtig dick. 3, 2, 1 und... Ist der drin? 10... 10... 9... 8... 7... 6... 5... Heute spielen wir das Spiel. Was ist in der Box? 9... 3... 10... Ok..... Nicht gucken... So jetzt... Oh shit... Ready? Ja! Oh shit... Digga, was ist das? Oh! Erik, das ist nice! Okay. Ready? Okay. Oh, oh, oh. Okay! So, ready? Ja, ja. Drei, zwei, eins, go! Okay. Oh! Oh! Oh, sisters! Yo! Yo! Did you help? Oh, Schaffi? Mach! Mach! Hey, was? Ah! Was ist das? Keine Ahnung, Junge! 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 Okay. Okay. Und jetzt? Warte, erstmal vorbereiten und direkt dann runter, ne? Dreier runter klatschen. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Na, aufgeregt, man. So, ready? Drei, zwei, eins. Wow! Was ist das so warm? Was ist das? Ah! Junge, voll hart! Du Gott! Oh, Rocky, Alter! Boah! Ja! GroUNG 안